Hallihallo ihr lieben Leute von heute und herzlich Willkommen zurück zu Spyro 3. Der anstehende Bossfight macht mich so fertig, dass ich gerade eben schon auf den Kreisel kurz gesprungen bin, ohne die Aufnahme zu drücken und dachte dann so, oh, ich darf nicht vergessen den Part überhaupt zu starten. Dann mal los, auf zum Abendsee. Spike ist geboren. Ja, blöder Spike ey. Du einfältige, dumme, nichtsnutzige Narren. Ich bitte dich um die Ausführung einer einfachen Aufgabe und du versagst sie mir. Ich hätte es besser wissen müssen, als auf ein Kind zu vertrauen. Aber mach dir keine Gedanken. Ich werde mich jetzt selbst um sie kümmern. Den ganzen Ärger wegen ein paar Eiern. Ohne die Drachen wird die Zauberkraft in dieser Welt vergehen. Ohne Zauberkraft werde ich sterben. Und genauso deine will auch noch so kleine Chance, eine Zauberin zu werden. Nun sieh, wie eine richtige Zauberin ihre Feinde erledigt. Wie wäre es mit einem Drachen zum Mittagessen? Ja, wenn er diese scheiß Kanone nicht hätte, wäre er nur halb so gefährlich. Ich glaube, ich habe nicht genug Leben gesammelt. Mein taktischer Instinkt sagte mir, dass die Zauberin dich hier angreifen würde. Deshalb flog ich her, um dir zu helfen. Meine Raketenwerfer scheinen nichts gegen diese Kreatur ausrichten zu können. Aber ich kann dir helfen, indem ich Munition fallen lasse. Leg los und kämpfe den gerechten Kampf. Der ist nicht gerecht. Der ist scheiße. Aber danke. Ah Mist, nein. Ach, fuck you. Ah, scheiße. Jetzt schon auf grün. Das wird doch nix. Das wird doch nix. Vor allem die bessere Munition, wenn die erstmal fallen gelassen wird, kann er die auch benutzen. Ja, super. Ich werde sterben. Hä, was willst du denn von mir? Nein! Nein. Ne, dass er sich da auch sofort umdreht, tatsächlich. Du kannst mal Heilung fallen lassen, just saying. Wenn das überhaupt geht. Ha. Oh, oh, jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's richtig gefährlich. Er schießt auch öfters. Und oh no. Oh, oh no. Er lässt Munition fallen. Fuck you. Obwohl, das geht sogar noch. Feuer ist okay. Er darf nur auf gar keinen Fall das Blaue einsaugen. Da ist nochmal Feuer da vorne. Na. Nein, 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 nein. Wieso ist das jetzt verpufft? Scheiße. Ich hatte ihn sogar fast. Krass. Okay, kriegen wir hin? Oh. Ja. Super. Sofort die Munition weggeballert. Einfach nur sinnlos. Hahaha. Wo bist du, Sparks? Nein. Ach, du bist hier bei mir. Ja, schön. Ach, das wird doch wieder nix. Hahaha. Ich will nicht Karate-Superschlag mit dir machen. Okay. Ja. Stirb. Hä. Nein! Ich habe ihn aber auch getroffen, wenigstens. Nein! Scheiße! Oh Mann, und diese Schüsse sind so scheiße. Diese scheiß Kanone. Ach, kacke. Mist. Na! Ach, Mist. Na, komm, schieß nochmal. Ja, mach kaputt, ist okay. Scheiße, das ist auch noch kaputt geschossen. Du regst mich auf, Junge, weißt du das? Bam! Och, nö. Birdie. Was hältst du davon, wenn du mir wirklich hilfst? Und nicht irgendwo dahin wirfst, wo es gerade total scheiße ist? Ja, 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 ja. Ha! Bam! Ja. Ah! Ich wollte schon gerade sagen, ich würde gerne Safestates nutzen, könnte es ja sogar tun. Ah! Du Sack! Ja, okay, ist klar. Na, willst du nochmal? Ja, klar, ist okay, komm. Ja, natürlich. Oh, das war knapp, der wollte mich gerade hauen. Ach, klar. Ja, ja. Ja, genau. Genau, dass es ihm vor die Füße fallen. Das ist ja so klug von dir. Du bist doch mein Verbündeter und nicht seiner. Alter, wie oft der schießt. Oh nein, das Blaue. Nein, nicht das Blaue. Nicht das Blaue. Oh mein Gott, nein. 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 Nein, 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 nein Boah, bin ich froh, dass sie es hinter mir zu haben. Nichts wie weg hier. Nie wieder. Ich darf gar nicht daran denken, wie der Kampf wahrscheinlich im Remake wird. Wahrscheinlich wird er noch beschissener. Oder besser, ich weiß es nicht. Hör mir zu, Drache! Spyro, das ist jetzt ernst. Die Zauberin will dir eine Falle stellen und wenn sie dich fängt, glaub mir, du willst gar nicht wissen, was sie dann vorhat. Schau, ich verspreche, dass ich gut auf die restlichen Eier aufpassen werde, ehrlich. Aber schnapp dir Jäger und geh nach Hause, bevor... Bevor... Ich kann es nicht sagen. Geh einfach! Sieh mal einer an. Bianca wird langsam richtig nett. Und sie sorgt sich um uns. Ist ja süß. Ach ja. Ja, aber du, schlimmer als Spike kann es nicht mehr werden. Es ist einfach so. Spike war jetzt wirklich das Schlimmste und mein Daumen tut mir weh. Ja, mir tut mein Finger jetzt wirklich weh. Deswegen, auch wenn der Part noch nicht als lange ist und ich noch die Hauptwelt hier eben abfrühstücken könnte, mache ich es nicht. Ich brauche nämlich echt eine kleine Pause. Und... Ja. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß. Ich hatte ihn irgendwie auch. Ich bin auf jeden Fall froh, ihn jetzt schon geschafft zu haben. Der Part hätte auch 20 Minuten sein können und ich hätte es noch nicht hin gekriegt. Deswegen, es gibt durchaus, beziehungsweise es gab durchaus Tage, wo ich das dann gespielt habe und wirklich an dem Kampf verzweifelt bin. Deswegen, ich bin sehr froh, dass hier sehr vieles so gut klappt, als ob das Spiel wissen würde, dass ich aufnehme und Gnade mit mir hatte. Aber ich muss auf jeden Fall erst mal eine Pause können. Das ist einfach so. Immerhin haben wir einen kleinen Hinterköpfchen-Part da durch und ich sage dann mal auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Wenn ihr auch Spaß hattet, dann vergesst nicht den Daumen nach oben noch anzuklicken. Und wir sehen uns im nächsten Part dann hier wieder. Bis dahin macht es auf jeden Fall gut. Eure Wampi. Tschaui.